Ja, wir haben den 16. Januar 2018 und ich sitze hier und warte auf den Anruf von Anna ein weiteres Mal und freue mich darauf zu hören, wie es ihr geht. Beim letzten Mal hatten wir unter anderem auch darüber gesprochen, dass sie einen Artikel geschrieben hat, um wenigstens ihr enormes geburtshilfliches Wissen weiterzugeben. Und dieser Artikel wird jetzt auch erscheinen in einer Zeitschrift, die damit sonst nichts zu tun hat, Elixier. Heißt die, die aber eben interessiert ist an guten Texten über den angemessenen, würdevollen Umgang mit Ungeborenen und Neugeborenen. So, hallo Anna. Hallo. Grüße dich. Anna, es ist Mittwochnachmittag. Ne, stimmt gar nicht. Es ist schon kurz vor sieben. Wie geht es dir? Wo warst du heute? Was hast du gemacht? Ach du, ich befinde mich seit längerer Zeit in einer ziemlichen Depression, merke ich so. Ich habe wenig Lust auf irgendwelche hier sich ergebenden Kontakte. Ich komme eben kein Stück weiter, weil seit dieser Vollzugsplanungskonferenz ist jetzt auch schon wieder ein Vierteljahr quasi vergangen. Und es hat sich überhaupt nichts bewegt. Also es sieht wirklich so aus, die gehen nicht nach den großartigen Schwierigkeiten, die mich noch zusätzlich treffen und meine Angehörigen, sondern sie gehen einfach still, schweigen, nur von der Länge der Strafe aus. Und von daher haben die wahrscheinlich die Ruhe weg und sagen sich, ach ja. Die soll sich mal nicht so haben. Ja. Auf der anderen Seite hat es doch bei dieser Haftungsplanungskonferenz, wurde doch eigentlich beschlossen, dass die Hafterleichterungen gewährt werden sollen, oder? Ja, ich habe das so verstanden, dass das, also mir wurde das mündlich zugesagt, da haben genügend Leute das auch gehört. Für mich wäre das alleine schon das Übereinkommen gewesen, damit dann loszufügen, also anzufangen. Das ist ja, dass ich dann zwei Ausführungen kriege, da geht also dann jemand mit mir mit, damit man das also ganz vorsichtig anlaufen lässt. Und wenn das gut klappt, dann kann ich über einige Stunden vielleicht mal einmal im Monat hier in Berlin rumstreifen, Leute besuchen, Leute treffen oder so. Aber es würde, auch das bedeutet nicht, dass du deinen behinderten Sohn treffen kannst, beziehungsweise deine alte kranke Mutter. Also zu meiner Mutter kann ich da nicht hin, das geht nicht. Aber wenn ich genau weiß, wann der Tag ist, dann würden Freunde von mir schon mit meinem Sohn sich in den Zug setzen und seinen Hund herkommen. Und dann könnten wir hier in Berlin mal eine Weile spazieren gehen. Das ist für ihn sicherlich eine große Unternehmung. Und für uns dann wäre es dann mal irgendwie was anderes. Aber der Zustand meiner Mutter macht mir natürlich jetzt im Moment ganz große Sorgen, weil die liegt eben wieder im Krankenhaus. Ich hatte schon die Tage vorher, man ist ja dann doch in so einer komischen Situation auf irgendeine merkwürdige Weise mit anderen Menschen verbunden. Und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, ich muss hier raus, ich muss mal zu meiner Mutter. Und dann habe ich vor ein paar Tagen von meiner Tochter gehört, dass sie wieder im Krankenhaus ist. Die muss also irgendwie beim Essen plötzlich, ich weiß nicht was, so eine Art Durchgangssyndrom entwickelt haben. Sie hätte nur noch geschrien, so krampfartig. Man hätte das als Schmerzensschreie interpretiert und da hat sie dann ins Krankenhaus gefahren. Und ja, sie ist nun irgendwo dann auch zusätzlich sehr verwirrt, scheint, hat meiner Tochter heute eben berichtet, von ihren Schwierigkeiten, die Wäsche zu machen und dabei liegt sie im Bett. Sie hat vorher mitgekriegt, dass sie nicht in ihrem Zimmer im Altenheim ist. Aber sie hat auf einmal die Idee, dass sie jetzt nicht mehr wechselt, weil es wäre ganz nett da. Und ich habe jetzt natürlich wirklich den Eindruck, dass die nächste Stufe erreicht ist. Dass sie entschieden hat zu sterben oder irgendwie sowas. Und diese Belastung auch, dass andere Menschen mir jetzt quasi die menschlichsten Umgangsmöglichkeiten verbieten können oder mich verhindern, das Normalste von der Welt zu tun. Ja, das finde ich so schwer zu ertragen. Also ich glaube, ich könnte mit einem Wohnungsbrand umgehen und mit einer Flutwelle oder sonst irgendwas. Weil da hast du immer den Eindruck, ja okay, das ist jetzt Natur, dass sowas passiert. Das ist eine Katastrophe. Da müssen alle möglichen Leute mit umgehen. Aber in meinem Fall merke ich, ich sitze hier und kriege immer mehr mit, was alles an Sorgen draußen passiert mit meinen Angehörigen und kann nichts tun. Ich habe so das Bild, als wäre ich ein Insekt, was in einem Spinnennetz versponnen ist und einfach ausgesaugt wird und das bei Bewusstsein quasi miterlebt. Also das ist wirklich eine ziemliche Qual. Ja, das kann ich mir gut vorstellen und ich merke auch, dass ich mir das früher nie klargemacht habe oder nie überlegt habe, dass solche Situationen dann für jemanden, der inhaftiert ist, das ist ja unvorstellbar, wie du sagst, dass du eben die elementaren zwischenmenschlichen Interaktionen dir verwehrt sind. Und dass du deine eigene Mutter jetzt nicht aufsuchen kannst, wo sich ihr Leben eben wirklich dem Ende zuneigt. Und darüber wird auch nie geredet. Und ich habe den Eindruck, es ist eben in diesem Gefängnissystem auch ein total vereinzeltes Denken. Man sieht immer nur den Häftling oder die Gefangene. Aber dass wir ja vernetzt sind als Menschen und in unser Leben in wachsenden Kreisen irgendwie leben, das kommt einfach nicht vor. Und das ist ja wirklich eine unglaublich harte Strafe für dich sowohl als auch für deine Mutter, die nun überhaupt nichts dafür kann und deinen Sohn. Ja, meine Tochter geht in die Richtung Depression, ja, also der Einzige, der sich irgendwie tapfer hält, ist mein Erstgeborener, der hat genügend Kraft und auch Eigensinn und auch einen gesunden Egoismus. Der ist zwar mitfühlend mit der gesamten Situation, aber um den muss ich mir keine Sorgen machen. Aber alle anderen, es wird alles schlimmer. Ich habe jetzt meine Wohnung hier in Moabit auch aufgeben müssen, einfach weil ich eingesehen habe, ja, der Zustand, auf den ich gewartet habe, dass ich diese Wohnung nutzen kann, dass ich mit meinem Laptop ans Internet komme, dass ich arbeiten kann, wenigstens so ein paar Stunden dann, um ein Lektorat zu machen oder sonst was. Das spielt ja alles keine Rolle, weil das sind alles so Außergewöhnlichkeiten. Und ich merke auch die Leute, die hier arbeiten und zu denen ich durchaus Vertrauen habe und die ich auch sympathisch finde zum Teil, denen tut das auch leid. Sie kriegen das ja mit, ich kommuniziere ja dieses immer größer werdende Unglück. Und es kommt aber immer so in diese Richtung, in der ich auch sitze, sie können halt auch nichts tun. Und immer wieder kommt, ja, wir dürfen ja das Urteil nicht irgendwie aushöhlen oder kritisieren oder was auch immer. Also du hast hier mit so einem Gebot zu tun, das über den zehn Geboten steht offensichtlich. Ja, also Leute, die so programmiert sind, dass es nur noch darum geht, egal was für Kollateralschäden passieren, dass diese Strafe ja durchgezogen wird. Und wenn du dann überlegst, ich weiß wirklich nicht, wofür ich bestraft werde, das ist alles eine Situation, wo ich merke, das geht in Richtung Folter. Das ist eine weiße Folter, eine, die du nicht siehst, die hat nichts mit Streckbänken oder sonst was zu tun. Aber du wirst hier in der Perspektivlosigkeit gehalten und du musst aushalten, dass es deinen Angehörigen immer schlechter geht. Und du kannst nichts tun. Und das ist für mich tatsächlich tagtäglich erlebte Folter. Und das macht man sich, glaube ich, draußen überhaupt nicht klar. Ja, und ich habe mir das auch früher nie klar gemacht, bequemlichkeitshalber sagt man dann immer, ja, man muss ja eben Gefängnisse haben für die ganz bösen Verbrecher, die sonst die Gemeinschaft abknallen oder sonst was. Aber wer sich hier im Frauenknast mal umguckt, wird kaum jemanden finden, auf den eine Gefährlichkeit zutreffen. Ja, das sind irgendwie, das sind ja massenweise Frauenschicksale, die, ja, die beschädigt werden nochmal zusätzlich durch diesen Aufenthalt hier. Ob da ein Lerneffekt bei der einen oder anderen passiert, das weiß ich beileibe nicht. Ich bin ja auch hier in der Form vereinzelt, als dass ich hier eine der wenigen Deutschen bin und auch noch eine der ganz wenigen Akademikerinnen. Also, das sind alles andere Leute um mich herum, die bilden auch andere Gemeinschaften, die kochen zusammen. Die versuchen hier das Beste noch aus dem Dasein zu machen. Und für mich ist diese Last auch, diese Strafe, diese Länge auch und diese Sinnlosigkeit ertragen zu müssen, etwas, was mich echt Kraft kostet. Ja, das glaube ich. Das ist ja auch eine Dimension von Verlust deiner Eigenwirksamkeit einfach und deiner Tatkraft. Dass du einfach nicht mehr handlungsfähig bist und im Grunde, ich merke auch, im Grunde denke ich ja auch jetzt erst drüber nach, wo ich eben das mit dir hier erlebe, wie unklar dieses ganze Konzept überhaupt ist, dass es einerseits, man sagt, ja, Gefängnisse müssen ja sein, damit die Leute nicht auf der Straße mit der Axt die anderen Leute anfallen oder so, ja. Und du sagst zu Recht, also von wem hier, bitteschön, in diesem ganzen Frauengefängnis geht denn eine solche Gefahr aus? Und zum anderen wird ja aber aus dieser Handhabe, das, was du vorhin gesagt hast, ja, wir dürfen ja jetzt nicht das Urteil aushöhlen. Und dahinter steckt ja der Gedanke, so, Strafe muss sein. Und weil es eine Strafe ist, muss es eben möglichst wehtun. Und damit du dich besserst, wobei das in deinem Fall auch völlig irrational ist, weil du eh lebenslanges Berufsverbot hast. Und es gibt keine Stimmigkeit, die dich bei einer Sinnfindung unterstützen könnte. Also ich empfinde das zunehmend als Inroman. Es ist eine Quälerei, die ich mir so nicht vorgestellt habe. Ja. Da ist noch ein Rest in mir, der schreit, das kann hier nicht so weitergehen. Also das, ich würde auch so weit gehen, in deutschen Gefängnissen wird nicht nur subtil gefoltert, sondern dass es überhaupt Gefängnisse gibt, zeigt, dass sich Deutschland irgendwie nicht wirklich weiterbesicht hat. Das kommt mir mittelalterlich vor. Dieses ganze Konzept von anderen Menschen nehmen und einfach einsperren, nur weil eine bestimmte Crew das so entschieden hat. Ohne dass es da einen fassbaren Beweis gibt, dass ein Mensch also derartig gefährlich wäre oder was derartig Schräges verbrochen hat, dass man so gegen den vorgeht. Und ich würde sogar sagen, so eine Städte wie dieses Frauengefängnis hier ist eine Städte, wo wirklich ganz strukturell Frauenleben vernichtet werden. Also auch um den Preis, dass hier Frauen sterben. Ich habe hier eine Frau, die in den Jüngerstreik getreten ist, weil die auch aus lauter Perspektivlosigkeit nur noch sagt, ja offensichtlich geht es darum, dass man mich hier eh zu Tode bringen will. Dann kann ich das auch beschleunigen. Ich habe keine Perspektive mehr. Und statt jetzt zu überlegen, warum geht eine Frau in den Hungerstreik und wie gehen wir damit so um, dass die Frau wieder isst, wird es so umgedeutet, dass, ja, das ist anscheinend nur ein Erpressungsmanöver und wir können dieser Frau mal zeigen, dass wir immer noch am längeren Hebel sitzen. Das heißt, diese Frau, eine bekopftuchte Türkin, wird halt zur besseren Überwachung, wahrscheinlich, wenn man ihr dann beim Verhungern zugucken, in den sogenannten Bunker gesperrt. Da muss sie sich vorher nackt ausziehen und kriegt eine Anstaltskleidung, kriegt aber auch ihr Kopftuch nicht wieder, weil wer verhungert, könnte sich auch vielleicht aufhängen wollen und da könnte das Kopftuch ja für dich eventuell geeignet sein. Also wird das Kopftuch auch weggenommen. Für die ist das wichtig, die habe ich noch nie ohne Kopftuch gesehen. Die schläft auch mit Kopftuch. Sodass sie sich aus den zwei Decken, die in dieser ganzen Zelle sind, und diese Zelle ist fensterlos und diese Frau hat Platzangst, baut sie sich erstmal ein Kopftuch aus einer Decke und wenn sie zur Toilette geht, weiß sie, dass die Kamera sie dabei beobachtet. Also nimmt sie die zweite Decke, wenn sie zur Toilette geht, und wickelt sich darin ein, damit sie aus der Toilette sich einigermaßen ihre Intimsphäre erhält. Und das sind Sachen, wo ich hier stehe und während ich dir das erzähle, fange ich an zu zittern vor Empörung und Wut, weil ich sowas nicht mehr begreife. Für mich wäre das als psychologisch geschulten Menschen einfach die Stelle, wo ich sagen muss, wenn ein Mensch glaubhaft zu dem Letzten mit mir greift, was er hat, was er aus dem Leben entscheiden will, dann muss ich mal anfangen, ihm ein Angebot zu machen, ihm eine Aussicht zu geben, wann, wo sie zum Beispiel ihre Tochter wiedersehen kann. Und das gebe ich ihr auch schriftlich, Hauptsache sie ist wieder. Aber das passiert eben nicht. Diese Leute haben so eine verquere Denke, dass sie wirklich irgendwo meinen, dass sie sich verarschen lassen oder sonst was, wenn sie in einer normalen menschlichen Form auf sowas eingehen. Und da begreife ich jetzt auch diesen Richter, der mich da verknackt hat besser, der ernsthaft sich überlegt hat, dass ich, um meinen Ruf zu wahren, ein Kind habe totgehen lassen. Also etwas, was ich überhaupt gar nicht kapiert habe, aber nachdem ich jetzt mehr und mehr in diese Denke hier bei den Leuten eingestiegen bin, die hier ihre Arbeit tun, die immer von der perversesten Missbrauchssituation ausgehen und die auch immer ihre eigene Ruffahrung im Blickfeld haben, begreife ich eher, warum die so, der auf so einen Konstrukt kommt. Das hat mit mir nur nichts zu tun. Ja. Es hat mit dir nichts zu tun, aber trotzdem hat es ja jetzt eben einfach riesige Auswirkungen auf dein Leben. Ich würde es übrigens nicht an Deutschland festmachen, denn Deutschland ist ja nun leider nicht das einzige Land. Ich kenne überhaupt kein Land, in dem es keine Gefängnisse gibt. Ja gut, aber das ist das richtige Stichwort, was du da sagst, weil wie viel steht in den Zeitungen von irgendwelchen Übergriffen an Journalisten, die in türkischen Knästen sitzen, weil man diesen Blick nach draußen in diese Türkei sich irgendwie leisten kann und weil man sich dann selber irgendwie in die Höhe hebt offensichtlich. Der Blick hier in dieses Gefängnis würde eigentlich schon ausreichen, um zu sagen, was wir in Deutschland mit Gefängnisinsassen machen, die zu mindestens 40 Prozent hier unschuldig drin sitzen, nur damit diese Zellen gefüllt sind. Und was da an Leid passiert, das ist insgesamt ein Riesenverbrechen und das muss eigentlich auch mal an die Öffentlichkeit mehr transportiert werden. Das ist im Moment gerade hier der Skandal, weil in Plötzensee sind mehrere Leute ausgebrochen, aber auch da ist nicht die Frage, warum brechen sie denn eigentlich aus, sondern der Stuhl des Justizsenators wackelt, weil diese Leute ausgebrochen sind. Aber worüber ich mich mehr aufrege, ist der Skandal, dass hier kein vernünftiger Vollzug geschieht, der wirklich mal guckt, wo sind denn hier unbillige Härten, wo treiben wir die Leute durch ihre Haft in die Existenzlosigkeit, in die Obdachlosigkeit. Wenn ich überlege, im Prinzip bin ich jetzt hier in Berlin obdachlos und wenn ich rauskomme, dann kann ich mir bei Freunden Unterschlupf suchen, weil ich kann die Wohnung nicht mehr tragen. Wie lange denn noch? Ich habe die jetzt 14 Monate bezahlt, ohne die benutzen zu können. Ich wollte ja mithelfen, dass es tatsächlich einen modernen Vollzug geben könnte, aber das spielt keine Rolle, was ich mir denke. Ja, es ist eine Situation, ich erinnere mich, wie wir in deinem Garten gesessen haben und darüber geredet haben, dass du unter Umständen jetzt, nachdem die Revision abgelehnt worden war und so weiter, tatsächlich dann deine Haft antreten musst und das hat man sich einfach nicht ausmalen können damals, dass du sie nicht nur wirklich antreten musst, sondern dass sie offensichtlich knallhart durchgezogen wird mit allen Schikanen. Sagen wir mal so, wenn du jetzt Steuern hinterzogen hättest, wird es dir unter Umständen besser ergehen und du hättest irgendwelche Hafterleichterungen, weil man das hohen Managern offenbar nicht so antun kann, wie man es dir antun kann, aber es ist einfach schon für mich auch eine ganz beklemmende Situation, jetzt akzeptieren zu müssen oder zu sollen, dass du da jetzt festsitzt und irgendwie offensichtlich kann man das einfach so machen. Ja, also für mich sieht es tatsächlich so aus, dass neben der Rufmordgeschichte, die mit mir passiert ist und dem finanziellen Ruin und der Enteignung von meinen Berufen jetzt noch die letzte Strecke zurückgelegt wird, nämlich die gesundheitliche Vernichtung. Das ist im Grunde, wenn du so willst, ein zumindest mal fahrlässiger Tötungsversuch, was hier abläuft. Und das kann man mit mir machen, weil ich offensichtlich seit einer ganzen Zeit rechtlos bin, denn das Prinzip, was da vor Gericht mit mir durchgezogen worden ist, ist ja nicht so, dass ich sagen könnte, dass das Held einer Rechtsstaatlichkeit, so wie ich sie verstehe, stand, sondern es war eine Farze. Ja, und ich kann nicht sagen, dass ich Gehör gefunden habe vor Gericht, weil meine Argumente, die ich vorgebracht habe, meine Dokumentation, all das, das wurde ja nach Belieben als Lüge ausgelegt und das heißt, ich habe kein Gehör bekommen. Und dieser, im Grunde wird an mir ein Verbrechen durchgezogen. Aber da ist niemand da, der jetzt hier korrigierend eingreifen könnte. Und ich bin die Letzte, die jetzt dieses selbe System, was mich ja verurteilt hat und mit dem ich die Erfahrung gemacht habe, dass es nicht so funktioniert, wie es meinem Denken, meinem Fühlen, meiner Logik entspricht, dass ich das nochmal einschalten würde, um jetzt hier für mich oder für andere eine Verbesserung zu erreichen. Ich weiß, dass es nicht funktioniert. Ich bin hier wirklich ausgeliefert und das ist ein ganz mieses Gefühl. Und ich verstehe jeden, der abstreiten möchte, dass sowas überhaupt in Deutschland passiert, in den Knästen und Vorgericht. Naja, im Grunde, die Qual für dich steckt ja in den Umständen. Es ist ja niemand, der jetzt aktiv sozusagen da noch extra die Daumenschrauben dreht, sondern einfach, dein Sohn kann dich nicht sehen, deiner Mutter geht es schlecht und du kannst deine Funktion als sozialkompetentes, verbundenes Wesen, die du dein Leben lang hattest und deine Position in deiner Familie, der kannst du nicht gerecht werden, weil du, um dich zu sozialisieren, von allen deinen Lieben getrennt worden bist. Anna, denkst du jetzt im Nachhinein, dass es unter Umständen doch besser gewesen wäre, was weiß ich, nach Südamerika zu fliehen oder so? Nein, das kam ja überhaupt nicht infrage, weißt du, weil aus Südamerika in Südamerika kann ich mich auch nicht um meine Angehörigen kümmern, ja, aber der Zustand, der jetzt existiert, ich hätte den gleichen Zustand, ich könnte mich nur ein bisschen freier bewegen und vielleicht wäre in einigen Aspekten das Leben irgendwo anders, lustiger andererseits. Nein, es kommt einfach, ist überhaupt nicht infrage. Ich habe meine ganzen Freunde hier und ich bin hier verwurzelt, weißt du, ich mag ja auch noch dazu kommen, dass ich im Grunde selber ein Kind von Flüchtlingen bin, ja, und dieses Trauma irgendwie ein Stück weit in mir trage, ja, dass meine Eltern aus ihrer Heimat fliehen mussten, das haben sie schon ziemlich stark kommuniziert und das ist ziemlich in mir drin, deshalb war es ja auch für mich wichtig, ja, diese Wohnung zu kaufen da im Ruhrgebiet und irgendwas zu haben, was man mir nicht wegnehmen kann, ja, das ist alles irgendwie nichts bedeutet, dass man mich sehr wohl enteignen kann, dass man mich nehmen kann und irgendeine Stelle packt, wo ich nicht hingehöre, dass das möglich ist, aufgrund von diesen Maßnahmen, die passiert sind und die ich nach wie vor als willkürlich empfinde, wo ich eben denke, das darf nicht sein, sowas ist inhuman, das verstößt gegen jegliches Menschenrecht, das verstößt gegen alle zehn Gebote, das ist irgendeine Legitimierung von etwas, was ich überhaupt nicht mehr begreife und nicht unterstützen kann. Kannst du manchmal auch zu deiner Trauer finden und über deine Situation weinen und tut dir das gut oder merkst du, dass du eher in so einem Verhärtungsprozess bist? Also ich bin eher in so einer Art Betäubung wieder, ja. Ich hatte eine Phase, da flossen die Tränen leichter, aber ich bin jetzt im Moment durch diese neuerlichen Umstände, Verlust der Wohnung, Sorge um die Mutter, die ich vielleicht nie mehr lebend wiedersehe, das sind so endgültige Sachen für mich, die sind einfach ein Stück zu hart. Und da merke ich, ich klinge mich da irgendwo aus. Ich verziehe mich in so einer Art Wolke. Ich habe den Fernseher laufen. Ich mache hier irgendwas am Computer. Ich versuche nicht da zu sein. Ab und an kommen hier eben Leute, so wie gestern. Da gibt es eben so Gesellschaften, die sich von außen mit wirklich netten Leuten um Inastierte kümmern. Da rede ich dann mal eine Stunde mit jemandem, der ich auch Vertrauen habe. Und dann merke ich, dann werde ich wieder ein Stück, dann komme ich wieder ein Stück mehr zu mir. Und dann merke ich auch, wie mir die Tränen einschießen sozusagen. Da kann ich wirklich richtig weinen, kann ich keinen. Nein, das kann ich auch verstehen. Irgendwann schaltet das Gehirn dann auch im Betäubungsmodus. Kriegst du denn noch viel Post und Besuchsanfragen? Oder hat sich das eher verdünnt? Post ist gut. Und die Besuche sind auch ausgebucht sozusagen. Meine Termine sind immer vergeben. Sag noch mal, wie viel du darfst im Monat? Ich habe es wieder vergessen. Vier Stunden im Monat. Und die kannst du aber auf vier Personen aufteilen? Ja, wenn ich will. Also eine Freundin ist gestern gekommen. Morgen kommt auch eine Freundin, die meine Wohnung ausräumen wird. Jetzt mit einer anderen Frau zusammen das leer räumen und dann die Kinder sich unterstellen. Und am 23. kommt mein Liebster für zwei Stunden und dann ist das Kontingent auch wieder verbraucht. Ja. Und bist du diejenige, die am meisten Besuch kriegt? Oder ist es bei den anderen auch so? Das kriege ich nicht mit. Ich halte das nicht nach, was die anderen zu Besuch kriegen und wie viel. Ich habe im Moment eher so eine Phase, wo ich mich auf meine Zelle zurückziehe und probiere, wenn sie mich überlässt. Ja. Ja, klar. Es ist einfach, ich habe das Gefühl, das sind bei dir auch, das ist auch eine Wellenbewegung von sich immer wieder aufbäumen und dann aber auch wieder in so eine resignative Phase. es einfach irgendwie ertragen und dann sich wieder aufbäumen und ich denke, das sind wahrscheinlich auch so richtige Zyklen, die da ablaufen, oder? Ja, das sind wie so Wellenbewegungen. Das stimmt schon. Das ist so, geht hin und her und es hat aber so eine Spiralbewegung eher nach unten, ja. Also weil ich einfach merke, es kommen so Symptome dazu, diese Zittrigkeit, die ich dann manchmal entwickle, von der ich nicht weiß, woher die kommt. Diese leichten Krankheitszeichen, das gräbt mich alles etwas an, ja, weil dieser Zustand ist einfach nicht wirklich erstrebenswert, etwas nur aushalten zu müssen, wenn du dein Leben lang im Grunde auch die Kreativität besessen hast, zumindest für andere Leute Mittel und Wege zu finden, irgendwie zu einer Verbesserung beizutragen. Und hier merke ich einfach immer nur, ja, ich erreiche ein paar von den Leuten, die hier arbeiten und das tut ihnen auch wirklich leid, dass ich hier gequält werde, sozusagen. Aber damit erschöpft sich das dann auch. Und alle sind quasi in so einer Hilflosigkeit, die einenweise das beruflich so gewählt haben und sich selber mit diesem Programm quasi einverstanden erklären. Das erinnert mich so an dieses Milgram-Projekt da. und die anderen, die einfach wirklich machtlos gehalten werden. Ich habe zumindest jetzt aber mal vom Senaten schreiben, dass man meine Briefe zumindest gekriegt hat. Ja, das Milgram-Projekt war ja das, wo Leute dazu veranlasst wurden, durch jemanden im weißen Kittel einer anderen Person Schmerzen zuzufügen und es wurde gesagt, ja, die hat das verdient und das tut ja gut und das muss sein und so. Und die meisten waren dann, ließen sich so weit treiben, obwohl sie furchtbare Schmerzensschreie hörten und dann irgendwann sogar ein Verstummen und so, dass sie immer weitermachten, einfach nur, weil eine Autorität, in dem Fall ein Herr im weißen Kittel, ihnen versicherte, das sei richtig, was sie täten. Das meinst du doch. Das wird, genau, das wird halt umgedeutet. Das wird nicht Folter genannt, sondern das ist eben die Hilfe zur Besserung und das ist genau das, was hier auch stattfindet. Nur sind diese Maßnahmen nicht so körperlich angewendet, sondern die gehen auf den Geist, die gehen auf die Psyche und dieses ewige Warten, wie jetzt auch an diesem Beispiel, mir wird etwas in Aussicht gestellt, was so eine homöopathische Idee von der Erleichterung und von einem Schritt in eine andere Richtung, mit mehr Möglichkeiten eröffnet. Und es fährt schon mal ein Vierteljahr wieder vorbei, ohne dass ich da irgendetwas verwirklicht hätte. Und ich merke eben auch, ob ich da jetzt noch nachhake oder ob ich mich still verhalte. Es liegt nicht in meiner Kraft, es irgendwie groß zu ändern, sondern das Konzept ist offensichtlich Ermüdung oder Zermürbung und das sind auch ganz bekannte Folterprinzipien. Es ist mir nur nicht klar, ob es den Leuten, die diese Prinzipien anwenden, eigentlich tatsächlich klar ist, was sie tun. Ich glaube nicht, Anna. Also das ist mein ganz klares Gefühl, dass es, und das ist im Grunde macht die Sache ja, also man kann sich darüber streiten, ob es die Sache besser macht oder ob es sie noch schlimmer macht. Es ist noch nicht mal Absicht. Ich glaube nicht, dass da irgendeine böse Verschwörung sagt, ja, die Anna Rökel-Lohnhoff, die machen wir jetzt mal fertig. Und da wird sie schon sehen, was sie davon hat, sich gegen die Apparatemedizin zu wenden. Glaube ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, sondern es ist der ganz normale, abgestumpfte Wahnsinn. Und ich hatte gerade in den letzten Tagen ein Erlebnis, wo du jetzt sagst, eben, ja, du siehst die Leute, die dich betreuen, die sehen schon, dass das sehr hart ist für dich alles, die ganze Situation. Es tut ihnen auch leid. Aber sie sind so in dieser erlernten, naja, man kann ja nichts machen Haltung, ja, dass sie eben auch nichts machen und dass sie ihre Überzeugung nehmen. Und ich hatte jetzt gerade, mich hatte eine, übers Internet, über Facebook, eine Frau kontaktiert, die Mutter eines einjährigen Kindes und hatte mir geschrieben, ja, sie hat also jetzt ein Jahr lang ihr Kind wirklich, weil sie sich im Bett schlafen haben und alles wunderbar und sie haben eine wunderbare Beziehung und dann ist es gut. Jetzt ist das Kind ein Jahr alt und sie muss es ja jetzt dann in die Kita geben. und sie ist erst am fünften Tag der Eingewöhnungsphase und hat es überhaupt noch gar nicht allein gelassen. Und schon merkt sie aber, wie das Kind nur noch weint und zu Hause und an ihr klebt und wie ihr nur noch die Tränen laufen. Und sie hat mir dann geschildert, wie das Kind reagiert und wie sie die Situation empfindet. Und es war für mich ganz deutlich, dass sie sehr fein und sehr gut beobachtet, ganz genau, wie es ihrem Kind geht. Und sie sagt dann, ja, ich habe das Gefühl, ich breche mein Kind, wenn ich ihm das zumute und so weiter. Und dann habe ich ihr geschrieben, man hat geschrieben, ja, Sie sehen, das ja alles sehr genau wahr, jetzt gucken Sie doch noch mal hin. Müssen Sie denn wirklich unbedingt jetzt wieder anfangen zu arbeiten? Und ich kenne so viele Familien, die massive finanzielle Einbußen und Lebensstandardsenkungen in Kauf nehmen, um ihrem Kind so etwas zu ersparen. Und dann schrieb sie eben zurück, ja, geht eben nicht anders und wollte dann jetzt von mir nur noch wissen, ja, und wenn ich dann ja jetzt mein Kind brechen muss, was kann ich denn dann später tun, um das wieder abzumildern und zu heilen? Und ich muss dir ehrlich sagen, das hat mich so fertig gemacht. Ich habe wirklich bittere Tränen um diese Frau und dieses Kind geweint. Und ich weiß ja, das ist ja mein täglich Brot, dass mir solche Dinge erzählt werden. Es geht Hunderttausenden von Kindern und ihren Müttern so. Aber diese feine, völlig klare Beobachtung der Mutter, dass sie genau wahrnimmt, was mit ihrem Kind passiert und dass sie trotzdem offensichtlich entschlossen ist, es zu tun, weil man muss es ja. Das hat mich einfach fertig gemacht und daran erinnert mich das jetzt mit dir auch. Das erinnert mich sofort an die Situation, wenn Frauen sich entscheiden, sich mit einer Nadel in den schwangeren Bauch stechen zu lassen. Ja. Ja? Genau, am Just-Synthese meinst du. Ja, genau. Also, da werden die Prioritäten anders gesetzt. Also, ich finde mehr künstlich. Man würde sich ja nie im normalen Zustand, im schwangeren Zustand mit einer Nadel in den Bauch stechen lassen. Aber wenn es dir denn so verkauft wird, wie beim Milchram-Projekt, dass das also gut ist und dass man dann sehen kann, also dieses Rationalisieren von irgendetwas, dass man sich dann über eine ganz archaische Schutzleistung hinweg setzt und es zulässt. Ja? Ja. Das wäre jetzt vielleicht nochmal ganz interessant, ob diese Frau vielleicht auch eine Geschichte hat mit einer Amiocentese, dass sie das wiederholt. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, die hat einfach eine Biografie, in der immer klar war, dass nicht sie selber der Verantwortungsträger für ihr Sein ist und für ihre Entscheidungen und für ihr Leben. Und das ist natürlich auch ein Unterschied, Anna. Für dich ist es auch deswegen, glaube ich, so besonders hart, weil du ja vorher eine sehr weitgehende Freiheit gelebt hast und dich verwirklicht hast und deine Visionen und dich für das eingesetzt hast, wovon du überzeugt bist und eben für die Änderung. Und für dich ist sozusagen der Unterschied zwischen Käfig und Freiheit viel größer als für jemanden, der von seiner Freiheit nie im Sinne von, dass er mal rumgeflogen ist, Gebrauch gemacht hat. Ja, und das andere kommt dazu. Das soziale Umfeld agiert ja auch in einer Weise, wo ich im Grunde genommen nur staunen kann. Weil diese Form von Verleugnung oder Obrigkeitshörigkeit, die lehne ich ja ab. Das ist mir ja quasi schon in Kindertagen von der Schule zumindest beigebracht worden, dass wir als verantwortliche, kritische Bürger alles überprüfen und kritisch sehen sollten, was uns da so begegnet und vor allen Dingen, was uns etwas abnötigt, was gegen unser Gefühl geht. Dass man das überprüft. Und ich habe hier mit lauter Leuten zu tun, die einen Weg gefunden haben, an einer bestimmten Stelle eine Grenze zu ziehen und zu sagen, es tut mir alles leid, aber das ist hier nun mal so. Oder wir können ja uns nicht über das Urteil hinweg setzen oder wir sind weisungsbefugt oder wir müssen das tun. Die sagen nie, ich entscheide mich, das jetzt zu tun. Ich mag das auch nicht gerne, aber ich will meinen Job behalten. So drücken die sich nicht aus. Die haben wirklich diese archaischen Momente des Müssens in eine ganz andere Kategorie verpflanzt. Also ich muss essen und ich muss auch atmen und ich muss auch Kontakt haben und ich muss auch schlafen. Alles andere sind Sachen, zu denen ich mich bewusst entscheiden kann. Und ich habe hier mit einer Mehrzahl von Menschen zu tun, ich glaube fast alle, die ein anderes Verständnis von Müssen haben. Die können dem Müssen, was für mich künstlich aufgepropft ist, weniger entgehen, als auf Essen zu verzichten. Ja, ganz genau. Und das ist für mich eben, diese Umgebung, die ist eben aus mehrererlei Hinsicht für mich so, dass ich mich ein Stück weit isoliert fühle. Natürlich, weil du eben nicht nur selber in deinem Selbstausdruck und deiner Handlungsfähigkeit beschränkt bist, sondern weil du lauter Leute erlebst, die sozusagen sich freiwillig darin beschränken lassen. Das erinnert mich jetzt ganz stark an das Buch und den Film, kennst du vermutlich, Einer flog übers Kuckucksnest, wo ja dann dieser Typ, der eigentlich im Gefängnis ist oder in so einem Lager und sich dann eben in die Psychiatrie versetzen lässt, sozusagen, weil er sich da mal Erleichterungen erhofft. Und er muss aber da sein, er ist eben wirklich ein Gefangener und im Grunde ein zentraler Wendepunkt in diesem Film ist, als er auf einmal, er fängt dann an, sich für die anderen Patienten auf dieser Psychiatriestation einzusetzen. Und dann wird irgendwann deutlich, die anderen sind alle freiwillig da. Er ist der Einzige, der zwangseingewiesen ist und da sein muss. Und alle anderen könnten morgen nach Hause gehen, wenn sie sich so entscheiden würden. Aber sie sind sozusagen in einer inneren Unfreiheit und können sich nicht so entscheiden, weil sie halt innerlich so geknechtet sind. Und das ist, glaube ich, trägt auch zu deiner, zu der Qual deines Zustandes und deiner Befindlichkeit bei, dass du dir lauter Leute angucken musst, die im Gegensatz zu dir eine Freiheit hätten, aber sie nicht nutzen. Und du hast die innere Freiheit, aber tja, da hat man jetzt bei dir von außen den Riegel vorgeschoben. Es ist so ein bisschen wie mit dem kleinen Elefanten, dem der eine Fessel anlegt. Ja, ganz genau. Und er damit groß wird und den du als großen Elefanten dann an winziges Bäumchen binden kannst. Und sobald er diese Fessel spürt, weiß er, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Und das macht er dann auch nicht. Ja, ganz genau. Und du bist eben jemand, der ohne diese Fessel oder der diese Fessel überwunden hat oder gelernt hat, seine Kraft zu benutzen. Und genau deswegen hat man dir jetzt, dich hat man jetzt wirklich mit einer Eisenkette an einem dicken Baum gebunden. Und da nützen dir deine ganzen Elefantenkräfte im Äußeren nicht. Ich habe aber die Hoffnung, Anna, dass du es gerade aus dieser Erkenntnis heraus, wie viel System und Struktur dahinter sitzt. Und zwar keine individuelle Bosheit oder so, sondern ja, lauter Elefanten, die gelernt haben, dass man sie mit einem kleinen Bambus an ein kleines Bäumchen binden kann und sie können nicht weg. Dass du gerade, weil du siehst, dass das diese strukturelle Gewalt ist, dass du einen Weg findest, dir sozusagen deine innere Kraft und deine innere Freudigkeit und Entschlossenheit, dein Leben selbst in dieser Situation nicht innerlich aus der Hand zu geben, dass du dir das erhältst und dass du dieses Ringen, was das natürlich fraglos bedeutet, einfach fortsetzt und es sozusagen es dem System nicht gönnst. Das würde alles irgendwie, glaube ich, ganz gut funktionieren, wenn nicht dieser zusätzliche Druck da wäre, der von außen auf mich eindringt. Einfach mit deiner Mutter. Wenn ich das nicht hätte, dann würde ich mich einfach ganz klar auf das, was ich letztes Mal schon gesagt habe, hier mit Menschen in menschlichen Kontakt zu gehen und als nächstes mir eben nochmal jemanden zu suchen, der tatsächlich was bewegen kann, der in diesem Räderwerk an der Stelle sitzt, wo er selber entscheiden kann, in welche Richtung gedreht wird. Und das ist ja auch mein Bestreben nach wie vor. Ich möchte mit dem Justizsenator reden. Ich weiß nicht, manche Leute halten mich hier wahrscheinlich für völlig abgedreht, aber mir kommt das wie das Normalste der Welt vor. Ich weißte, ich fühle mich hier wie ein Fremdkörper, aber ich kann es nutzen, um System zu analysieren und eine Rückmeldung zu geben. Und ich bin an jeder Stelle, wo ich war, immer bereit gewesen, die Strukturen so zu verbessern, dass es auch was Menschlicheres wird. Und deshalb bin ich so immer noch der Überzeugung, es wird mir gelingen, mit diesem Justizsenator in Kontakt zu kommen und dem zu ermutigen, dass dieses durchaus gut klingende Vollzugsgesetz tatsächlich mal hier in der Frauenhaftanstalt Pankow, die ja übersichtlich ist, mal durchzusetzen. da habe ich einfach immer noch, das ist die einzige Hoffnung, die ich habe. Ja, ich merke, du bestehst einfach auch darauf und ich glaube, das ist auch das Einzige, was Sinn ergibt. Wer Entscheidungen trifft und wer etwas ändern kann, sind immer noch die einzelnen Menschen. Natürlich sind sehr viele stark eingelullt in den angeblichen Zwängen des Systems, aber das ist ja eine Illusion. oder haben keine Führungsqualitäten, das ist ja eben auch das Problem. Wir haben hier eine seitliche Führung, die ist sehr nett, aber es ist eben auch was, was ich gut kenne, dass Frauen in Führungspositionen nicht gerade die Tendenz haben, über den Teller ranzugehen und mal zu gucken, ob man die Grenzen nicht mal ein bisschen weiter macht. Das ist selten. Und da habe ich mir so ausgedacht, müsste mal vielleicht ein Mann her, der genau diesen Frauen den Rücken stärkt, vernünftige Sachen zu tun. Dass es hier wirklich menschlicher zugeht. Dass man genauer guckt, mit wem man was tut und was man an unbilliger Härte damit vielleicht auch verweiten. Ja, klar. Ich denke, das ist auch ein Reflex von Frauen, wenn sie Positionen innehaben, in denen sie sich dann sozusagen als die besseren Männer beweisen zu müssen meinen und bloß nicht die Regeln in Frage stellen und sozusagen sondern zeigen, obwohl ich eine Frau bin, ich kann auch. Ja, das ist dann leider so ein Reflex. weil natürlich auch gerade das die menschlichen Gefühle und der Zugang zu Empathie und so weiter ja etwas ist, was in unserer Gesellschaft im Moment nicht so einen hohen Stellenwert hat, sondern wenn ich die Jugendlichen angucke, was die Ziele sind, die wollen alle cool sein und cool ist ja genau das Gegenteil von warm und weich und empathisch und das sind im Grunde werden solche Leute ja eher als Warmduscher, Schattenparker, Gutmenschen und Frauenversteher. Das sind ja gängige, ironische Schimpfworte sozusagen oder Abwertungen. Ja, genau. Ach, Anna, es ist irgendwie so deutlich zu merken, wie schwer es ist, wenn man wenn man wenn man so viel Kraft hat wie du. Ich muss gerade an das Gedicht von Panther denken, von Rilke, irgendwie dieser große Wille, der irgendwie tja Ich habe dir auch ein Bild zugemalt, ja. Ja, der sich um eine leere Mitte dreht, genau. Und das das nehme ich bei dir sehr deutlich wahr und ich denke unsere Zuhörer auch und jeder kann das nachvollziehen und ich glaube du hast die Kraft auch in dieser Ohnmachtssituation deinen Weg weiterzugehen und dich aus Fleiß nicht niederbringen zu lassen denn ja deiner Mutter nützt es nichts wenn du jetzt verzweifelst. Das ist das ist kommt ja noch dazu es nützt ja nichts sondern das was einzige was nützt ist wenn du wenn du an dir dran bleibst und und darauf beharrst wie ein Mensch behandelt zu werden. Ja. bist du noch da meine Liebe ja ach ja wir müssten eigentlich jetzt immer weiterreden und dich auf diese Weise würde ich am liebsten durchs Telefon saugen aber es sind schon wieder 50 Minuten das reicht sowieso gespannt ob da die Leute so lange zuhören können aber man muss ja auch dabei nicht gucken man kann ja in der Küche also ich kann dir gerne zum Abschluss noch ganz kurz ich gehe mal eben hier ins Internet also ich wollte dir das auch noch ausdrucken und ich schwöre das mache ich jetzt auch wirklich ich habe bloß selber ich war auch krank und so naja wie es so ist ich gucke mal gerade ja ja also ich gebe das mal eben ein da sind viele Kommentare die sehr sehr deutlich machen dass sie deine deine Situation wirklich sehen Moment wo haben wir das denn vor sieben Monaten vor drei Wochen vor fünf Wochen genau also das was wir vor drei Monaten gemacht haben das hat 2000 Aufrufe das was wir vor sieben Monaten gemacht hatten hat 2800 Aufrufe und das Neueste ist ja jetzt erst drei Wochen also noch waren Ferien das ist jetzt noch nicht so so viel das sind 700 erst aber also da schreibt jetzt eben jemand sieben Jahre Haft ohne Bewährung nein das darf doch nicht wahr sein wie kann das Urteil geändert werden dann schreibt jemand anders ich war wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes und einmal wegen verweigerter Vermögensauskunft nur wenige Tage in Gelsenkirchen in der LVA und war anschließend völlig krank es ist schlimm sehr schlimm aber es gibt Hoffnung dieses System löst sich auf und die Anna wird vorzeitig freikommen ganz bestimmt niemals aufgeben Smiley vielen Dank für den Upload ich finde die Gespräche immer sehr interessant und dann geht es um Herr Lin und sein Hono Popono Traurigkeit geduldig durchfühlen und mich selbst trösten damit habe ich die Erfahrung gemacht dass das sehr bereichernd ist ich fühle mich fühlte mich danach emotional reifer und gefestigter dann liebe Frau Röckelohn Röckelohnhoff ich finde Ihre Reflexion sehr ergreifend bitte bleiben Sie bei sich und lassen sich nicht unterkriegen ich freue mich dass Frau Neubrunner zu Ihnen Kontakt hält damit wir weiter auf diesem Wege von Ihnen hören können ich danke Ihnen für Ihre Offenheit gucken wir mal es ist einfach unerträglich zu wissen dass man der Frau nach so viel Einsatz in ihrem Leben ihre Lebenszeit raubt in diesem System kann man mit allem rechnen nur nicht mit Gerechtigkeit oder ganz zu schweigen mit Menschlichkeit ich wünsche Frau Anna Rockelohnhoff weiterhin viel Kraft mein Gott ist das alles ein Murks unmenschliches wegsperren und ein bisschen bessere Milch muss gekauft werden die Nahrung ist so dass man gerade damit überleben kann okay es gibt Obst und manchmal etwas Frisches immerhin den Rest muss man sich teuer kaufen wenn man kein Geld hat oder niemandem der einem hilft hat man eben Pech man kommt zurecht aber überlegt nur ein kleiner Hof mit 97 Schritt durchquerbar Fazit alles überhaupt nicht artgerecht den Platz an der Sonne gibt es nicht pauschal nur wenn man Glück hat wie kann man nur als Dienstleister dort arbeiten das war ja auch unser Thema heute klar kann man man muss ja Geld bekommen nicht verdienen und so weiter klar kennen wir gut manche Frauen haben ein bisschen betrogen vielleicht auch etwas mehr die Strafe dafür ist das Überlebensprogramm mit 97 Schritten sie lernen nichts werden nur aufbewahrt verlieren wie es bei Tieren auch ist die Fähigkeit in der Freiheit zurecht zu kommen der Sinn ist Destruktivität nenne ich es mal etwas weniger anstößig und so weiter dann schreibt hier mal ein Buch schreiben damit das Wissen nicht verloren geht vielen Dank für das Interview alles Liebe für Anna meine Gymnasium meine Gymnasium Schulzeit hat sich auch wie Knast angefühlt obwohl es kein Knast war ein Live-Gespräch aus dem Gefängnis mit Abhörung und was ist wenn es eine Todgeburt in einer offiziellen Klinik gibt es sollte doch bei jeglicher Geburt ein Risiko einer Todgeburt betrachtet werden gibt es da eine Versicherung für die Hebammen oder die Ärzte aus den kommerziellen Geburtsstätten und so weiter bei Totschlag ja ja nicht bei Totschlag genau genau die Dreh den sie rausgefunden haben damit bloß meine Versicherung nicht bezahlen muss ja genau so dann fragt noch jemand oh ein Computer wird dem Gefangenen zugestanden wie soll das sehen wo kommen die Nutzerprogramme her oder ist das ein Standardcomputer der vom Gefängnis gestellt wird wird dieser Computer vom Gefängnispersonal kontrolliert sag was dazu aber du hast ja keinen Internetzugang was ja eigentlich das Entscheidende beim Computer ist ja genau naja gut also es sind einfach viele solche Zuschriften und und viele Leute die die das einfach ganz ganz unerträglich finden was da passiert aber ja ich kann es dir jetzt nur was für eine wirklich bittere Geschichte unglaublich was dieser Frau gerade passiert und passiert ist mich würde interessieren was diese Menschen die ihr das angetan haben jetzt fühlen dann ein Herr hier geht es nur darum eine Geburtshelferin platt zu machen die Frauen sollen in Krankenhäuser gehen damit die Säuglinge sofort mit Impfungen vergiftet und geschippt werden können und so weiter hat jemand von den Postern hier das Urteil vollständig gelesen naja und so weiter es ist unglaublich wie sie die Frau behandeln einfach extrem ungerecht naja und so und so und so sie ist eine starke Frau und Heldin wir Geburtshelfer helfen und morden nicht das System mordet und so weiter danke für die Veröffentlichung unglaublich was hier gespielt wird mich erinnert das an das kommunistische Regime weil es dort offensichtlicher ist tapferes Weib zwei großartige Frauen jeden kann das betreffen das ist eine Warnung an uns alle tue nichts was denen nicht gefällt sehr traurig was da passiert liebe Frau Anna ich wünsche Ihnen alles Gute und so weiter also du siehst du erreichst wirklich sehr viele Menschen aber es ist eben ja helfen kann nur wahrscheinlich wirklich wenn du wenn du aus deiner Zelle heraus immer weiter dran bleibst und versuchst die Menschen zu erreichen die Entscheidungen treffen können liebe Anna ich beende jetzt die Aufzeichnung und dann verabreden wir uns noch ganz kurz ist das okay sag noch tschüss zu den Zuhörern ja danke okay